Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Chill und Chili aus dem Schmidtspieleverlag. Das ist ein Spiel für 2-5 Spieler ab 8 Jahren, mit einer Dauer von ca. 30 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Chill und Chili. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine Anleitung, dann gibt es hier ein kleines Tableau, da werden wir gleich sehen, für was das gut ist. Hier haben wir noch ein Tableau, da ist dann der Ablagekartenstapel und der Nachziehkartenstapel drauf. Dann gibt es hier einen Brunnen mit Wasser und gleichzeitig Münzplättchen. Dann gibt es hier eine Marktleiste. Dann haben wir hier einen Satz Karten mit verschiedenen Gemüsesachen darauf. Dann gibt es hier noch einen Kartenstapel mit verschiedenem Zubehör, den man beim Gartenbasteln eben braucht. Und hier habe ich noch ein paar Chips rausgetan, die man nicht braucht, wenn man nur mit zwei Leuten spielt, weil da muss man schon mal 60 von den Sachen aussortieren. Das habe ich einfach schon mal gemacht. Und auch diese Spielschachtel und der Seite spielt in unserem Spiel eine tragende Rolle. Und deswegen kommt die auch hier dazu. Und somit haben wir den kompletten Inhalt dieser Spielschachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau funktioniert wie folgt. Ihr nehmt diese Spielschachtel Unterseite und legt da dieses Teil so drauf, dass eben dieser Teich hier frei ist. Den legt ihr dann an den Rand des Tisches und hier oben drauf kommen dann die Marker. Die kann man jetzt entweder auf die Wasserseite drehen oder einfach alle nur mal da oben hinlegen. Das ist nicht kriegsentscheidend, wie rum die liegen. Einfach mal da hinlegen. Wie gesagt, bei weniger wie fünf Spielern müsst ihr Chips rausnehmen. So müsst ihr bei zwei Spielern 60 Chips rausnehmen. Bei drei Spielern 40 und bei vier Spielern 20 Chips. Das habe ich wie gesagt schon gemacht. Und das sind jetzt nur die restlichen, die hier übrig sind. Ja, dann gibt es dieses Teil. Das kann man hier vorne dran legen. Das ist wie gesagt zum einen der Nachziehstapel und hier dann entsprechende Ablagestapel. Dann brauchen wir das hier. Das ist der Markt. Hier sieht man hier so eine grüne Seite. Das bedeutet, die gehört hier dran, so dass einfach hier das teuerste ist und nach hinten hin wird es dann immer billiger. Und davor kommt dann noch dieses hier. Das ist unser Brunnen. Also die Ablage für Sachen, die ich von hier ausgegeben habe. Ich versuche das mal irgendwie hinzukriegen. Wie gesagt, das müsst ihr am Anfang einmal zusammenstecken. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt so auf das Bild noch drauf. Naja, das passt schon. Gut, die Karten mit dem Gemüse. Die mischt ihr einfach gut durch. Teilt dann jeden Spieler mal fünf Karten aus. Die lege ich euch dann wieder offen hin. Normal verdeckt auf die Hand nehmen. Das sind also die Handkarten der Spieler. Und dann werden hier einfach nochmal Karten an den Markt angelegt. Und zwar immer drüber und drunter. Jeweils eine Karte, die dann eben das kostet, was da eben drauf ist. Also zwei Münzen, drei Münzen, eine Münze. Je nachdem, wo es eben liegt, sind das die entsprechenden Kosten. Und die restlichen Karten legt man eben hier als Nachziehkartenstapel drauf. Gut, dann haben wir noch das Zubehör. Das sortieren wir einfach nach der Art. Da gibt es eben verschiedene Dinge. Und die müssen wir jetzt auch noch irgendwo hinlegen. Jetzt geht mir echt der Platz langsam aus. Ich lege die jetzt mal da einfach hin. Da gibt es eine Vogelscheuche, eine Gießkanne, dieses Saatgut und so weiter. Das kann man sich auch erwerben, um sich noch Bonusaktionen zu sichern. Ich versuche das mal irgendwie zu verschieben gleich. Ja, aber grundsätzlich ist das schon fast der Aufbau. Was die Spieler jetzt noch kriegen, sind ein paar Münzen von hier oben. Das heißt, jeder Spieler nimmt sich vier Stück und dreht die auf die Geldseite. Das heißt, jeder Spieler hat als Startkapital einfach mal vier Münzen bei sich liegen. Und damit haben wir den kompletten Spielaufbau jetzt fertig. Und ich lese euch mal die Spielidee vor. Jeder Spieler besitzt einen Bauernhof und ist bemüht, möglichst viel ertragreiches Gemüse auf seinen Feldern anzubauen. Dazu benötigen die Spieler je nach Sorte eine bestimmte Anzahl an Gemüsekarten. Das angepflanzte Gemüse sorgt später für Siegpunkte. Richtig viele Siegpunkte bekommen die Spieler, wenn sie ihr Gemüse gut gewässert haben. Da heißt es geschickt anpflanzen und im richtigen Moment den Mitspieler das benötigte Wasser abzugraben. In Chili und Chili geht es also um Siegpunkte, die man erspielen kann. Und dazu muss man einfach wissen, welche Siegpunkte es hier so gibt. Und das ist ganz einfach ersichtlich, indem wir uns eine Karte mal anschauen. Und da steht in der Mitte einfach, wie viele Siegpunkte das wert ist. Das ist aber nicht alles, was wir auf der Karte sehen. Auf dieser Karte sehen wir hier unten noch Sonnen und auf dieser Karte sehen wir hier oben zwei oder drei von diesen Blättern. Was bedeuten diese Blätter? Schauen wir uns mal zwei Karten an. Hier haben wir also den Kohl, der sechs Punkte wert, braucht aber drei Karten mit Kohl, um angepflanzt zu werden. Hier ist der Mais. Der Mais ist nur drei Punkte wert, braucht aber auch nur zwei Maiskarten, um angepflanzt zu werden. Um also dieses anzupflanzen, bräuchte ich von dieser Karte drei Stück auf der Hand und vom Mais nur zwei Stück auf der Hand. Also immer schauen, was oben in der Ecke an Blättern drauf ist, denn das ist die Menge an gleichen Karten dieser Sorte, die ich auf der Hand haben muss, um das Ganze anzupflanzen. Ja, wie bekomme ich denn Karten? Karten bekomme ich natürlich dadurch, dass ich eine der mehreren Aktionen nutze, die es in dem Spiel gibt. Insgesamt gibt es drei Aktionskomplexe, die ich machen kann. Eine muss ich mir raussuchen und der erste Komplex ist eine Karte zu kaufen. Ich kann mir hier Karten aus dem Markt kaufen. Hier sehe ich ja diese beiden Karten kann ich für eine Goldmünze erwerben, diese für zwei, diese für drei, diese für vier. Kostenlos bekomme ich die Karte, die ich hier einfach blind ziehe. Die kostet mich nichts. Ich weiß natürlich auch nicht, was drunter ist. Ebenso kann ich mir hier noch Zubehör kaufen. Auch das kostet hier eins, zwei, zwei oder drei Goldmünzen. Das bringt mir aber Vorteile dann auch im ganzen Spiel. Die schauen wir uns aber ganz am Schluss an, wenn wir wissen, was hier so alles herumliegt und was das alles bedeutet, dann wissen wir auch, wie viel Sinn diese Sonderkarten doch durchaus machen. Also die erste Aktion, die ein Spieler machen könnte, wäre eine Karte erwerben. Entweder hier kaufen, blind ziehen oder hier ein Zubehörteil erwerben. Dann die zweite Aktion, die ein Spieler machen kann, ist ein Gemüse anzupflanzen oder eine Zubehörkarte zu spielen. Um ein Gemüse eben anzupflanzen, brauche ich entsprechend viele Gemüsekarten auf der Hand. Jetzt habe ich von Kohlen nur zwei, aber hier für eine Tomate hätte ich zum Beispiel zwei und bräuchte auch nur zwei. Das heißt, das könnte ich bereits anbauen. Schauen wir uns gleich an, wie es funktioniert. Und das andere, was man eben machen kann, ist, statt hier eine Karte anzubauen, eine Zubehörkarte, die man gekauft hat, rauszulegen und dann ist die für das restliche Spiel aktiv. Warum man die recht früh kaufen sollte, wie gesagt, dazu kommen wir dann gleich. Das dritte, was man machen kann als Aktion ist, Sachen aus dem Teich zu nehmen. Es ist ganz wichtig, dass ein Spieler darauf achtet, dass jedes Mal, wenn der nächste Spieler dran ist, ein Chip hier in den Teich kommt. Das vergisst man super gerne. Ich vergesse es sicherlich in dem Video jetzt auch mal wieder ab und zu. Aber wichtig ist einfach, dass jedes Mal, wenn der Spieler wechselt, ein Chip in den Teich kommt. Und als dritte Aktion kann man dann eben sagen, ich möchte mich im Teich bedienen. Und zwar darf man dann die Hälfte der Sachen, die im Teich liegen, aufgerundet, also wenn es drei drin liegen, zwei Stück. Entweder komplett als Wasser nehmen oder komplett als Münzen. Ich darf es nicht mischen. Ich darf bei den zwei nicht sagen, ich nehme eins als Wasser, eins als Münze. Ich muss mich für eins entscheiden und das dann komplett so nehmen. Anders ist es, wenn ich diese beiden Zubehörteile habe. Schauen wir uns kurz an. Bei der Gießkanne ist es so, sobald ich hier was rausnehme, darf ich mir zwei zusätzliche Teile jedes Mal aus dem Wasser nehmen und die darf ich extra entscheiden, ob ich die als Wasser oder als Münze haben möchte. Das gleiche ist hier beim Schubkarren. Hier ist es so, jedes Mal, wenn ich etwas anpflanze, also Karten rauslege, darf ich mir sofort auch zwei Sachen hier aus dem Teich nehmen und auch hier darf ich mich entscheiden, möchte ich Wasser oder Geld. Das sind diese drei Aktionskomplexe, die die Spieler eben machen können und das langt auch schon vollkommen aus, um hier ein richtig spannendes Spiel draus zu machen und ich würde sagen, ich fange es einfach mal an zu spielen, dann seht ihr es im Zusammenhang, wie es funktioniert. Es ist ja nicht schwer, aber ich finde es wirklich ein tolles Spiel, macht wirklich eine Menge Spaß, weil einfach die Mechanik gut funktioniert und man immer entscheiden muss, was mache ich zuerst, hole ich mir erst hier was, hole ich mir da was, hole ich mir jetzt schon Sachen aus dem Teich oder nicht und wenn ich es nicht hole, holt es dann plötzlich der Gegenspieler. Ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und ich fange jetzt einfach an mit unserem Spieler hier drüben und der fängt sofort an, einfach mal anzubauen und legt die Tomaten raus. Man sieht, hier sind zwei Blätter drauf, das heißt, ich brauche nur zwei Stück davon und wichtig ist es, dass man das dann so rauslegt, dass man nur einmal die Siegpunkte sieht, aber die kompletten Sonnen, denn mit den Sonnen hat es noch eine Besonderheit. Ich baue das jetzt mal bei mir an und das wären jetzt einfach mal fünf Punkte am Ende des Spiels. Wichtig ist aber jetzt, ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was soll das mit dem Wasser? Münzen ist klar, die brauche ich hier zum Einkaufen, aber was soll ich mit diesem Wasserzeug? Ganz einfach, die Wassermünzen lege ich hier drauf und sobald alle Sonnen von der Karte zugedeckt sind, also von dem kompletten Kartenkomplex zugedeckt sind, zählen die Punkte hier doppelt. Das bedeutet, diese Karte, wenn sechs Wasser drauf liegen würden, wäre nicht fünf, sondern zehn Punkte am Ende des Spiels wert. Also nicht zu verachten. Gut, weil ich es natürlich vergessen habe, ist wieder, zack, erstmal eine Münze hier reinzuschmeißen, dann habe ich jetzt hier angebaut und wie gesagt, ich muss es bis zum Spielende irgendwann fertig kriegen. Ich muss auch nicht komplett das jetzt voll füllen, sondern ich kann auch sagen, ich baue zwei Wasser hier drauf und ein paar Wasser noch woanders drauf. Das darf ich frei entscheiden, wie ich die Wasser legen möchte. Gut, jetzt bin ich fertig. Unser Spieler hier drüben ist dran. Der schaut jetzt mal seine Karten an, der hat ja nichts, was er anbauen könnte. Was er allerdings hat, ist dieser komische Kürbis, der hier. Der ist die einzige Gemüseart, die noch etwas Besonderes hat. Denn hier geht es darum, um wie viele man dran anlegt. Man kann den Kürbis alleine rauslegen. Wenn ich ihn alleine rauslege, ist er am Spielende aber auch nur einen Punkt wert. Lege ich zwei Kürbiskarten raus, drei Punkte. Lege ich drei raus, fünf Punkte. Lege ich vier raus, acht Punkte. Lege ich fünf raus, zwölf Punkte. Wichtig ist nur, ich muss diese Kürbisse am Stück rauslegen. Ich darf nicht jetzt mal drei rauslegen, weil ich später noch welche kriege, die dazu packen. Das ist verboten. Ich darf ein zweites Feld machen, in dem ich von vorne anfange mit Kürbissen, aber ich darf da nichts dazu legen. Also ein Kürbis ist etwas Spezielles, wo ich mir überlegen muss, wann lege ich ihn raus. So, der Spieler ist es dran. Also eine Münze in den Teich. Und er überlegt sich jetzt, was er macht. Was wir auch noch haben, ist ein Handkarten-Limit. Sollte man auch noch erwähnen, kein Spieler darf mehr wie sieben Karten auf der Hand haben. Ansonsten muss er etwas wegwerfen. Gut, wir haben jetzt fünf Karten, mit denen wir jetzt nichts anfangen können. Und jetzt schaue ich mir mal die Auslage an. Das billigste wäre mir jetzt noch, einen zweiten Kürbis zu kaufen. Oder ich kaufe mir hier eben den Mais. Da brauche ich auch nur zwei davon, dann könnte ich das in der nächsten Runde anbauen. Also sage ich, okay, ich kaufe den Mais. Ich nehme diese zwei Münzen und alle Münzen, die ich gebraucht habe, kommen eben hier in den Brunnen rein. Das ist sozusagen die Münzablage. Finde ich ganz witzig gemacht. Und dann nehme ich mir hier die raus und nehme die verdeckt auf die Hand. Was passiert das mit dieser Lücke? Die wird sofort aufgefüllt und zwar dadurch, dass alle Karten vom teuren Bereich in den billigen Bereich geschoben werden und dann eine neue Karte hier reingelegt wird. Das heißt, die Karten, die erst teuer waren, werden durch Lücken einfach billiger, weil sie rüber geschoben werden. Und dadurch kann man es sich vielleicht auch mal irgendwann leisten. Jetzt ist unser Spieler drüben dran. Also eine Münze in den Teich. Er schaut sich seine Sachen an. Er bräuchte dringend einen Kohl, einen dritten, um das anzubauen. Zahlt also eine Münze und nimmt sich diesen Kohl zu sich und ist auch schon fertig. Wir schieben wieder die Sachen hier rüber und legen eine neue Karte hier in den Markt. Unser Spieler hier drüben ist an der Reihe. Münze in den Teich. Er sagt, ich baue an und ich baue als erstes mal hier den Mais. Da brauche ich nur zwei Stück. Ich lege das wieder so hin, dass ich einmal nur die Punkte sehe, aber ansonsten auch die Sonnen. Man sieht auch, es gibt auf den Karten verschiedene Anzahlen an Sonnen. Das heißt, es gibt jetzt Karten, das nur eine Sonne, zwei Sonnen. Es gibt auch Karotten, da sind drei Sonnen oder zwei Sonnen drauf. Also hier kann man sich auch billige Sachen zusammensuchen, wo man dann vielleicht leichter an die Punkte kommt. Mal schauen. So, jetzt lege ich das da hin. Sieht man das? Ja, das sieht man. Also das sind jetzt meine Maispflanzen, die ich angebaut habe. Und damit bin ich auch schon wieder mit meinem Zug fertig. Wieder eine Münze hier rein. Der Spieler schaut mal, was macht er. Er sagt jetzt, okay, bevor ich hier anpflanze, möchte ich jetzt einfach mal mir so einen Schubkarn kaufen. Der Schubkarn kostet mich zwei Münzen. Die gebe ich ab und den nehme ich erstmal auf die Hand. Den darf ich noch nicht auslegen, sondern das ist einfach Karte kaufen. Muss ich erstmal auf die Hand nehmen. Und der Spieler hier drüben ist dran. Zack, wir schieben wieder eine Münze hier rein. Er schaut sich die Sachen an und sagt, okay, jetzt bräuchte ich wieder diverse Dinge. Ich zahle mal eine Münze, um mir hier diesen Kürbis zu kaufen. Nehme ich auf die Hand, schiebe den ganzen Kram hier rüber. Eine neue Karte wird aufgedeckt. Ich bin dran. Ich sage jetzt, ich lege meine Sonderkarte aus, meinen Schubkarn. Der bringt mir, wie gesagt, folgendes. Ich baue etwas an und darf jedes Mal dann zwei Münzen hier rausnehmen. Was wir noch nicht hatten, sind diese anderen beiden Zubehörteile. Hier gibt es zum einen eben diesen Sack mit Dünger. Hier ist es so, wenn ich was anbaue, darf ich jedes Mal eine Karte hier gleich verdeckt noch zu mir nehmen. Ist auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch die Sache mit der Vogelscheuche. Und hier darf der Spieler, der dran ist, nachdem der Chip hier reingewandert ist, erstmal eine Karte ziehen. Muss aber dann eine Karte auch von seiner Hand auf den Kompost werfen. Das heißt, ich kriege dann zwar eine Karte hier gezogen, aber eine muss ich eben auch wieder abgeben. Ist ein bisschen schlechter wie die Sache mit dem Dünger, wo ich nur beim Anbauen was kriege. Bei der Vogelscheuche kriege ich natürlich jedes Mal, wenn ich dran bin, eine Karte schon mal auf die Hand. Kann gut sein. Gut, hier drüben ist dran. Er schaut jetzt mal wieder seine Auslage an und sagt, ist jetzt alles nicht so toll. Ich würde ganz gerne jetzt mal mir hier ein bisschen Wasser holen. Jetzt zähle ich mal durch, wie viel liegt denn hier drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Hälfte davon bekomme ich, das heißt drei Stück. Und ich sage, diese drei, die möchte ich als Wasser nutzen, um einfach hier direkt meinen Mais komplett mit Wasser zu versorgen. Und somit ist der Mais sofort nicht mehr drei Punkte, sondern am Ende sechs Punkte wert. Gut, ich bin fertig. Hier drüben ist wieder dran. Eine Münze kommt hinein ins Wasser, in den Teich. Und ich sage, okay, jetzt baue ich aber mal hier meinen Kohl an. Ich stapel wieder alles übereinander, dass ich alle Sonnen sehen kann. Das ganze Ding ist sechs Punkte wert. Und dadurch, dass ich eben diese Karte mit dem Schubkarn schon habe, darf ich mir jetzt zwei Münzen hier nehmen. Diese beiden Münzen nehme ich als Geld, weil Geld habe ich nicht mehr genug. Auch hier muss man sich für eine Sorte entscheiden, wie gesagt. Nicht mischen, sondern auch nur entweder Geld oder Wasser nehmen. Und ich nehme mal Geld, weil da habe ich nicht mehr viel. Und schon ist unser Spieler hier drüben wieder an der Reihe. Der schaut sich die Sache jetzt an und denkt sich, ich ziehe jetzt einfach mal blind hier eine Karte. Die kostet mich nichts. Nimm die auf die Hand. Und sofort ist unser Spieler hier drüben wieder dran. Wie gesagt, ich habe bestimmt wieder ein paar Mal vergessen, hier reinzuschmeißen. Nehmt am besten einen Spieler, der wirklich darauf achtet. Ansonsten dauert das Spiel einfach ein paar Runden länger, denn das Spiel läuft so lange, wie hier oben noch Münzen liegen. Wenn die alle mal weg sind, dann ist das Spiel auch vorbei. Deswegen immer schön nachschieben, nicht vergessen. Gut, jetzt kaufe ich für eine Münze mir hier so ein Mais. Nimm den auf die Hand, schiebe das Ganze hier rüber. Neue Karte aufgedeckt. Und hier drüben ist dran. Zack. Er kauft sich für eins die Moorrübe hier. Nimmt die auf die Hand. Wir schieben wieder rüber. Neue Karte aufgedeckt. Ich bin hier wieder dran. Das kommt hier rein. Jetzt sage ich okay. Ich hätte jetzt einfach gerne mal noch den Mais hier drüben. Nehme ich zu mir. Wir verschieben wieder alles und decken eine neue Karte auf. Er ist wieder dran. Wir schmeißen einen hier rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das darf ich nicht mehr mehr haben. Aber ich baue jetzt sowieso an. Ich nehme jetzt die Karotte. Brauche ich auch nur zwei Stück. Übereinander gefächert, hingelegt und fertig ist die Sache. Bei ihm habe ich natürlich vergessen, wieder beim Anbauen die zwei Sachen aus dem Teich zu nehmen. Auch darauf muss man natürlich achten, dass man das auch nicht vergisst. Viele Dinge, an die man denken muss. So, ich bin jetzt dran. Ich schaue mir die Sache jetzt an und möchte gerne das hier anbauen. Leg das hin und kriege jetzt eben zwei Sachen. Sagt, die hätte ich gerne mal als Wasser. Und damit mache ich gleich mal diese beiden Felder voll. Und schon ist der Mais sechs Punkte wert. Ja, unser Spieler drüben ist dran. Wir schmeißen das hier rein. Er sagt, für eine Münze kaufe ich mir jetzt den Kürbis noch. Ich habe gar keine Münze, sehe ich. Ui. Dann kaufe ich sie mir nicht, weil ich keine Münze habe, sondern ich hole mir ein paar Münzen aus dem Teich. Wir zählen durch. Sechs Stück sind's. Das heißt, die Hälfte darf ich nehmen. Drei Stück nehme ich als Münzen zu mir. Sofort ist unser Spieler hier drüben dran. Der sagt, okay, ich hätte jetzt ganz gerne auch noch mal Münzen. Vier Stück sind's ja bloß. Habe ich schon reingeschmissen. Ha! Fünf Stück sind's jetzt. Ich weiß es wirklich nicht. Das heißt, aufgerundet darf ich drei nehmen. Und die kann ich wieder irgendwo hin verteilen. Wie gesagt, kann ich alle hier hinlegen. Ich kann auch da drüben schon mal anfangen, eins hinzulegen. Das kann ich machen, wie ich möchte. Dann ist er wieder dran. Münze rein. Er sagt, gut, jetzt kaufe ich mir den einen Kürbis hier drüben. Dann habe ich drei Stück schon mal. Wir schieben das hier rüber. Neue Karte aufgedeckt. Und ich bin dran. Münze rein und so weiter und so fort. So funktioniert Chill und Chili. Ein sehr, sehr cooles Spiel mit doch recht einfachen Regeln. Aber man kann doch wirklich taktisch hier ziemlich um sie schlagen. Wie gesagt, vergesst diese Zubehörkarten nicht. Die sind wirklich sehr, sehr mächtig. Die sollte man sich wirklich zwischendrin mal holen. Man muss halt immer überlegen, welche Sachen hole ich mir. Greife ich mal hier langsam zu, weil da schon recht viel drin liegt. Oder warte ich und riskiere, dass ein anderer Spieler hier zu langt und dann das Ding zur Hälfte leer macht. Kaufe ich mir hier was raus oder ziehe ich hier blind eine Karte und hoffe, dass es passt. Es gibt noch eine Aktion, die jeder Spieler einmal im ganzen Spiel nutzen kann. Und das ist für eine Münze. Das ist auch außerhalb seines Aktionsbereichs. Das heißt, das kann man zusätzlich machen. Für eine Münze eine Vierereihe Karten abzuräumen und neu aufzudecken. Das kann jeder Spieler einmal im Spiel machen. Das ist hier in der Mitte auch drauf. Ja, und irgendwann endet dann auch das Spiel. Und das ist der Fall, sobald hier oben die letzte Münze hier reingefallen ist und der Spieler seinen Zug komplett gemacht hat. Also wenn hier oben nichts mehr ist und der Spieler seinen letzten Zug gemacht hat, ist das Spiel vorbei und dann werden die Punkte gezählt. Ja, zum einen haben wir die Punkte, die eben auf Karten Pärchen drauf sind, wo das Wasser nicht komplett abgedeckt ist. Also sowas hier wäre weiterhin nur sechs Punkte wert, weil einfach noch vier Sonnen offen da liegen. Wäre das komplett zugedeckt, wie hier beim Mais. Alle Sonnen verdeckt. Doppelter Wert. Sechs Punkte. Ja, zusätzlich gibt es noch Punkte für jede Handkarte, die man noch hat. Das wäre nochmal ein Punkt pro Handkarte. Und je drei Münzen, die man noch bei sich liegen hat, gibt es auch nochmal einen Punkt. Die Sachen zählt man dann alle zusammen und dann weiß man auch schon, wer das Spiel gewonnen hat. Also uns hat das Spiel wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es einfach einige Möglichkeiten bietet. Es ist aber auch sehr, sehr einfach. Trotz allem ist die Qualität sehr, sehr gut. Die Karten sind schön illustriert. Das hier mit dem Teich ist witzig gemacht. Der Brunnen hier als Ablage für die Marker ist witzig gemacht. Da ist alles wirklich schön aufgeräumt. Ein rundum gelungenes Gärtnerspiel, sage ich mal. Wer so etwas mag, der sollte es jetzt echt mal näher anschauen und überlegen, ob das nicht was für ihn ist. Das war sie, meine Spielevorstellung von Chill und Chili aus dem Schmidt-Spiele-Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspiel-Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael.